Ja, schönen guten Abend, liebe Organisatoren und liebe Gäste des heutigen Webmontags. Das Grußwort ist ja meine Gattung, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und man kommt dann irgendwo hin, ich war ja noch nicht hier, und merkt immer sofort, wie die Stimmung ist. Und hier habe ich festgestellt, die Stimmung ist eigentlich jetzt schon auf einem ganz hohen Level. Vielleicht liegt das daran, dass man sich hier mit Vornamen anspricht. Ich habe hier auch ein Vornamensetikett bekommen und mir das aufgeklebt. Und da fiel mir sofort ein, was ich jetzt gerade noch am Wochenende, wo ich meine alten Eltern in Norddeutschland besucht habe, gelesen habe. Es gibt nämlich das norddeutsche Du, das Hamburger Du genau genommen. Und es gibt auch das Hamburger Sie. Sie. Das Hamburger Du geht so, das kennen Sie auch. Die Kassiererinnen untereinander sagen das, glaube ich, auch in Frankfurt. Frau Müller, kannst du mir das Wechselgeld mal rausgeben? Und das Hamburger Du geht genau andersrum. Vorname und dann Sie. Und ich denke, so machen wir das heute. Ja, und jetzt steht hier, vor uns liegt ein spannender Abend. Das Wort ist gar nicht so schlecht. Das Stammpublikum des Frankfurter Webmontags muss man die ungeheure Bedeutung des digitalen Wandels natürlich nicht erklären. Darüber sind wir uns alle, soweit sich die Entwicklung heute mit all ihren Folgen überhaupt absehen lässt, mehr als bewusst. Beim heutigen Themenabend Kultur digital erhalten wir aber einen detaillierten Einblick, nämlich wie sehr das Digitale schon jetzt das künstlerische und museale Arbeiten beeinflusst und verändert. Welche neuen Vermittlungspraktiken und Ausstellungsformate sind möglich und wie weit ist die Transformation in den sich gleich präsentierenden Häusern eigentlich schon fortgeschritten? Auf die Antworten dürfen wir uns freuen. Ich bin davon überzeugt, dass wir den digitalen Wandel als Chance begreifen müssen. Wenn wir es richtig angehen, werden wir auch in Zukunft unsere Zielgruppen erreichen und im Idealfall neue hinzugewinnen. Bei aller nachvollziehbaren Technikbegeisterung stellt sich aber natürlich auch die Frage, welche Art der Digitalisierung wollen wir eigentlich? Eine Frage, die immer häufiger gestellt wird und meiner Ansicht nach einen enormen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess erfordert, an dessen Anfang wir wohl gerade stehen. Beispielsweise bedeutet die sich laufend ändernde Rechtsprechung, etwa das Urheberrecht betreffend oder den Datenschutz, einen nicht immer leicht zu bewältigenden Spagat zwischen dem, was technisch möglich ist, was sein darf und auch dessen, was wir wirklich wollen. In vielerlei Hinsicht müssen wir geduldig sein und dürfen nicht müde werden, unsere Bedürfnisse und Anforderungen immer wieder anzusprechen. Bewahren Sie sich also einen langen Atem. Sie sind auf dem richtigen Weg. Apropos langer Atem. Den haben zweifellos auch die Macher des Frankfurter Webmontags. Seit Februar 2006, also seit mehr als zehn Jahren, bringt das Orga-Team ehrenamtlich rund um das Thema Digitalkultur Menschen aus den verschiedensten Wissensbereichen zusammen und heute eben aus den Bereichen Kultur und IT. Das ist einfach großartig. Und solche Orte der Begegnung, solche Foren sind natürlich auch ungemein wichtig für unsere Stadt, die zu Recht von sich glaubt, eine Stadt der Gegenwart zu sein. Nicht nur der Tradition, sondern ein sehr gegenwärtiges Lebensgefühl hat und auch immer haben wird, glaube ich. Und die Digitalisierung gehört natürlich ganz und gar dazu. Insbesondere dann, wenn sie wie in diesem Fall für jede und jeden frei zugänglich und kostenlos sind. Denn hier entsteht Neues, entstehen Kooperationen und Innovationen, die ohne diese Begegnung hier und heute nicht möglich wären. Daher mein allergrößter Dank und Respekt an alle Teammitglieder des Frankfurter Webmontag, die dieses Angebot überhaupt erst ermöglichen. Uns allen wünsche ich nun einen schönen und vor allem informativen Abend. Tauschen Sie sich aus, lernen Sie sich kennen und lassen Sie etwas Neues entstehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020